Herzlich willkommen hier wieder zur Serie Falsche Glaubenssätze im Handwerk. Und heute reden wir über den Glaubenssatz, ja, aber Online-Marketing, das bringt doch nur ein paar Likes und Klicks, aber doch gar keine richtigen Kunden. Ja, und ich würde sagen, viel Spaß dabei. Ja, dann herzlich willkommen zum Video. Marvin wieder am Start. Jo, hi. Ich auch wieder am Start. Und wir wollen heute mal über das Thema reden, Online-Marketing bringt ja nur Likes und Klicks und doch eigentlich gar keine richtigen Kunden. Und ich kann diese Aussage komplett nachvollziehen, weil tatsächlich die meisten Agenturen wirklich darauf ausgelegt sind, dass sie Postings für dich machen, dass sie am Ende des Monats dir zeigen, guck mal, du hast jetzt 1000 Klicks bekommen für, was weiß ich, 100 Euro, die du ausgegeben hast. Und du hast noch 5 Likes mehr bekommen auf deiner Seite. Richtig gut. Die Seite baut sich langsam auf. Das wird was. In ein paar Monaten bist du richtig bekannt in der Region. Ja, aber davon kannst du dir nichts kaufen. Bekanntheit ist erstmal nichts wert, wenn ich sie nicht irgendwie monetarisieren kann. Und Bekanntheit ist auch ein sehr großes Wort bei 5 Likes, die man im Monat dann vielleicht bekommt. Und die Problematik ist wirklich, dass die meisten, die über Online nachdenken, wirklich über Postings nachdenken. Also, ich poste einfach auf meiner Seite was, kriege dann ein paar Likes und Klicks drauf. Wenn es ein guter Post ist, kriege ich ein paar mehr Likes, ein paar mehr Klicks. Und wenn es ein schlechter Post ist, dann ein paar weniger Likes und Klicks. Aber ich kann mir in keinem Fall was davon kaufen erstmal. Ja, also ich finde, es ist eine Kombination aus beiden Dingen. Also zum einen, früher war natürlich irgendwie immer sozusagen in aller Munde, ich will irgendwie Likes bekommen. Ich will irgendwie immer mit meiner Seite auf Instagram oder auf Facebook oder generell online irgendwie sichtbarer werden. Und gleichzeitig hat man aber auch so dieses Problem, dass man irgendwie nicht so richtig Gehaltvolles irgendwie sieht auf diesen Seiten. So, es ist irgendwie, wenn man ein paar Bilder gepostet oder mal ein paar Grüße von der letzten Weihnachtsfeier von dem Betrieb. Ja. Aber so richtig, und dadurch kommt ja genau dieses Image, ja. Dass ich sozusagen sage, hey, ich habe diese Seite und ich habe irgendwie diese Präsenz im Internet irgendwie zusätzlich zu meiner Webseite. Und dann habe ich da auch ein paar Likes drauf. Aber dann ist das irgendwie so ein gehaltloser Inhalt nur, der mir auch in der Vergangenheit nie was gebracht hat, der mir auch jetzt irgendwie nichts bringt. Und dadurch kommt sozusagen diese Verknüpfung von diesen beiden Themen, die eigentlich komplett nutzlos sind eigentlich von der Wahrnehmung her. Ja, also von diesen Likes, die haben mir irgendwie nie was gebracht in der Vergangenheit. Und auch die Posts haben mir nie was gebracht in der Vergangenheit. Und dadurch sage ich so, ja, okay, online und Social Media und so, das Ganze, das bringt mir nur Likes. Nur Likes heißt ja dann sozusagen, dass es für mich nichts wert ist. Und jetzt ist eben die Frage so, okay, wie kann man denn daraus aber dann, also wie kann man denn dafür sorgen, dass das trotzdem Gewinn bringt ist und mir lukrative Aufträge bringt, ne? Ja, ja, die Herausforderung ist halt wirklich, dass selbst wenn du als rekonstruiertes Unternehmen alles richtig machst, wenn du einen extrem guten Job machst, wenn du viel Zeit reinsteckst, ist der Hebel auf tatsächliche Postings super klein. Also selbst Unternehmen, die das seit Monaten, seit teilweise Jahren machen, haben vielleicht ihre 1.000, 2.000 Leute in der Region, die denen folgen. Vielleicht auch mal 5.000. Aber wenn du überlegst, 5.000 Leute, die mir folgen, davon sind vielleicht jetzt Maximum 10% für mich als kundenrelevant, eher weniger, eher 3, 4% als kundenrelevant. Dann rieche ich davon 30, 40 Leuten, die ich jetzt mal aktivieren konnte durch jahrelanges Marketing. Und das ist, oder für mich ist auch 300 oder 400, je nachdem, ob jetzt die 1.000 liegen oder die 5.000, ne? Wir sind aber 300 oder 400 Leute, aber auch davon kann ein Unternehmen, was über jahrelang das betreibt, was jahrelang Kunden damit gewinnen muss, nicht leben im Regelfall. Ja, du musst halt eine Sache verstehen, es gibt sozusagen zwei Welten im Social Media oder im Internet, wenn man da aktiv wird. Es gibt einmal sozusagen die Welt der Posts und der Seiten und der Likes, ja? Und dann gibt es einmal die Welt der bezahlten Werbeanzeigen. Und das ist die Welt, die wirklich lukrativ und gewinnbringend ist und auf die wir uns fokussieren wollen. Das heißt, es gibt einmal sozusagen die Postings von der Ausstellung, von der Weihnachtsfeier und so weiter, wo die Leute liken können und wo sie sich das Ganze anschauen können. Und dann haben wir aber auch noch die Möglichkeit, auf der Seite der Werbung, ja, da kannst du auch in den anderen Teilen dieser Videoserie nochmal dir was anschauen zum Thema Targeting und dass das Ganze nur etwas für große Unternehmen ist. Da haben wir nämlich nochmal ganz genau erklärt, wie das funktioniert mit dieser zielgerichteten Werbung. Ja, wenn ich nämlich bezahlte Werbung mache in Social Media, habe ich nämlich die Möglichkeit, ganz genau die Leute anzusprechen, die dir noch nicht folgen, die dich also noch nicht kennen, die aber sozusagen gerade Interesse haben an dem ganzen Thema, ja? Also die jetzt gerade eine Küche haben wollen, die ein Terrassendach haben wollen, eine Photovoltaikanlage und so weiter. Also da können wir sozusagen wirklich ganz zielgerichtet die Leute abholen, die jetzt Interesse haben an dem Thema. Und das ist eben der entscheidende Unterschied, den wir uns zur Nutze machen wollen. Ja, genau. Und du hast ja den Vorteil, wenn du es wirklich so trennst, wenn du sagst, du hast halt die klassischen Postings und hast die bezahlte Werbung. Mit Postings brauchst du Jahre, bis du damit wirklich mal einen Kunden gewinnst oder Monate zumindest. Bei der bezahlten Werbung kannst du von Tag eins an Kunden damit gewinnen, wenn du weißt, was du tust, wenn du genug Daten hast. Ich meine, wir sammeln jetzt seit mittlerweile sechs Jahren Daten von Leuten, die im Bereich Handwerk hochpreisig was kaufen deutschlandweit, dachweit. Und wir wissen halt genau, wie diese Leute pro Region aussehen. Vor allem, wir sehen das, ja. Wenn wir eine Kampagne starten bei einem Partner, der hat, selbst mit einem kleinen Budget von 20 Euro am Tag, hat er von Tag eins an Anfragen im Regelfall. Und das ist halt eine Sache, wo du mit Postings ewig brauchst. Aber da glauben sie es erstmal richtig. Die meisten Leute, die von Online-Werbung reden, reden von Postings und die bringen tatsächlich wenig Geld und bringen nur Likes und Klicks. Es gibt auch andere Methoden. Genau. Und das ist eben der feine Unterschied, den wir uns hier bewusst machen müssen. Einmal sozusagen die Welt der Likes und der Posts und einmal die Welt der bezahlten Werbung, wo wir eben ganz zielgerichtet teilnehmen können. Und wir sehen das hier jeden Tag bei uns in der Agentur. Wir haben ja hunderte Kunden, bei denen wir neue Kampagnen auch starten oder etliche Kunden, die auch jeden Monat dazukommen, wo wir uns darum kümmern, dass eben Anfragen reinkommen. Und wenn du sagst, okay, ich brauche auch mehr Anfragen oder ich hätte auch gerne Kundenanfragen von Leuten, die irgendwie jetzt gerade Interesse haben an dem, was ich mache. Oder du hast eine Produktsparte, die du gerne weiter, die du mehr ins Schaufenster sozusagen stellen willst, ins Digitale. Dann kann das vielleicht was für dich sein, dass wir uns das mal anschauen zusammen. Dafür hast du die Möglichkeit, dich mal unter dem Video hier zu melden. Da können wir auf jeden Fall mal draufschauen auf deine Produkte, auf dein Unternehmen und können schauen, ob das Ganze in deiner Region gut vermarktbar ist. Genau. In dem Sinne, also wenn du über online nachdenkst, dann denk vor allem über die bezahlte Werbung nach und nicht über die Postings nach, weil die Postings kosten viel Zeit und Geld. Und bring wenig und die Werbung bringt im Regelfall relativ schnell ohne viel Zeitaufwand, wenn man es richtig macht. Ja. Gute Erträge. In dem Sinne, du findest auch hier wieder verlinkt den letzten Teil der Serie und ich wünsche dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.